Ich bin ein Mann von Redlichkeit und Tugend. Drum geriet ich ziemlich aus den Fugen. Denn bisher kannte ich sie nur vom Hörensagen. Sie scheint nen Feebel für Musiker zu haben. Viele meiner Mitstudenten hatten was mit ihr. Tja, und jetzt war sie bei mir. Ich hätte nie damit gerechnet, verdammt. Sie war total für mich entflammt. Wir hatten eine schmerzliche Verbindung. Ich und meine Sehnen scheiden Entzündung.